und das Ding hauschen die Luft Naja, ich lasse es zumindest über den Drüber rollen Ist ja auch nicht schlecht Boah, so Noch mehr Na komm, na komm Steigt aus Boah, ja, sterbt alle Den grauenvollen Tod von Sterbenden Sterbt alle so, wie sterben wir immer sterben Ah, ha, 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 ha Jetzt kriege ich eure Waffen, ich kriege eure Waffen Ich mach mich hier zum Affen Und da ist wieder ein Kid-Auto Oh, wusch Und ich spring drauf Ich steh drauf Oder ich hab grad drauf gestanden, sag ich mal so Da ist das Auto Und ich, ich steh drauf Hä, 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 was ein Wortwitz Oh mein Gott Tja Habt da Pech, wenn ihr euch das angucken wollt Unbedingt, was ich hier mache Dann müsst ihr auch mit sowas rechnen Oh, 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 oh Jetzt Auto, Mona Verfolger, die nicht schießen Und jetzt kommt's Jetzt Ein Stunt Inside Sie rennt dran vorbei Ich hatte gedacht Sie springt jetzt auf die Motorhaube Und dann Aber nein Sie rennt dran vorbei Okay Trotzdem Zumindest ein halber Überschlag Also Man kann, man kann nicht meckern Ach Aber ich hab wirklich gedacht Sie rennt auf das Auto zu Sie wird drauf springen Dann doch nicht Nein Nur vorbeigerannt Macht nix Ich mag das Spiel trotzdem Also den Mod Das Originalspiel natürlich auch Aber der Mod, der ist auch echt Wer ist der Kerl denn? Muss ich den umbringen? Moment mal Der sieht aus wie dieser Dieser fette Typ, der Umgebracht wurde Der da In seiner Blutlache In seiner abgedeckten Blutlache lag Sie hat ihn jetzt anscheinend umgebracht Oder so Oder auch nicht Weiß ich nicht Sie kann hier raus Oh fuck Woher wisst ihr das? What the Fuck Ah Und tot ist der Arsch Das war's schon Aufgabe erfüllt Na okay Ich glaub dann kann ich eigentlich auch Hä? Da ist ja doch niemand Oh fuck Da hinten Ah Was ist denn mit der? Die mach ich kalt Sorry Sorry aber Finde ich besser so Wenn mir keiner auf den Senkel geht Au Oh Voll gegen die Voll gegen die Wand gelaufen Äh nein nicht gelaufen Nein Ja genau Also vor den Vor den anderen Leuten muss er jetzt sagen Bei irgendwelchen Leuten die nachfragen Was ist mit ihnen passiert? Ich muss eher sagen Ich bin gegen eine Wand gelaufen Ja Ich mein Ich wurde von einer Frau angeschossen Na das hört sich doch scheiße an oder? Nichts gegen Frauen Ah Hey geil Das Ding kann man auseinander Oder sind das zwei separate Tische? Ja es sind zwei separate Tische Ich dachte die könnte man sogar auseinander schießen Das wär geil geworden Oh fuck Da sind noch mehr Leute Unten Ey Wisst ihr? Diese Bar Die erinnert mich jetzt überhaupt nicht an John Woo Presents Stranglehold Ich zeig euch mal was Dann sehen die Moves auch so ähnlich aus Das ist jetzt wirklich etwas Sehr wie Naja Wie dieses andere Spiel halt Also normalerweise könnte ich hier runterrutschen Und das Ding wäre rund Und dann könnte ich weiter runterrutschen Aber wir sind hier nicht bei John Woo Presents Stranglehold Aber es hat einen wirklich großen Touch davon Ey Sogar der Barkeeper schießt auf mich Was soll der Kack Ja Ja Ah Ein Flügel Sieht aus als wäre ich hier Oh Die kommen durchs Fenster Die Pisser Was soll denn der Kack Ich dachte jetzt so Gleich geht die Tür auf Und dann Fenster Ist ja lustig ey Ich könnte mich Ich könnte mich tot freuen Ne aber jetzt mal ganz im Ernst Das ist eine geile Idee gewesen Ich fand's lustig Also um mal die Entwickler zu loben Also ihr Ich muss sagen Also das was die Modder angeht Die haben wirklich schon bisher Talent gewiesen Kann ich nicht meckern Wo Fuck Noch mehr Da So jetzt Noch mit dem Ding fertig machen So und jetzt kann ich hier nicht durch Hat das ganze auch mal ein Ende Boah War das hier nicht wie in John Woo Presents Stranglehold Ja ich kann's nur immer wieder erwähnen Sorry aber es erinnert mich halt immer dran Schade dass es nicht so ist Dass man hier alles zerstören kann Das wär geil Das wär richtig übel Denn Dann würde das so ganz richtig Spaß machen Jetzt fehlen eigentlich nur noch Models Die irgendwie dran erinnern an das Spiel Und dann Oh fuck Wird das hier ein endloser Run Oder was ist das Oder komm ich auch irgendwann mal weg Ah ich kann erstmal da rein Damit mir Hier erstmal Wenn die mir schon auf die Pelle rücken Dann müssen sie auch Äh In meine Klozelle Ja In meine Klozelle Ich setz mich mal hier aufs Klo Woah Woah fuck Die haben meine Klozelle überfallen Ich glaub's nicht ey Na toll Jetzt bin ich nochmal hier Aufgepasst Ich mach jetzt erstmal Nein Nein Ach Ich glaub ich bin kurz vorm Ziel Von daher